Herzlich willkommen zur außergewöhnlichen Street Photography bei Dioxin. Wir sind heute in Osnabrück. Wieder geht es darum, wir nehmen das, was wir können und schenken es anderen. Wir schenken Freude. Komm mal ein Stückchen noch zu mir. Okay, ich halte die einfach so. Und hiermit mache ich die Bilder. Ich schau mal. Du kannst einfach so stehen bleiben. Ich habe gewackelt wahrscheinlich. Das ist gut. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Du kannst dich auch, oder komm noch mal hier hin. Ja. Vielleicht, wenn du dich einfach so ein bisschen genau so an die Wand. Ja, und ein bisschen in die Richtung schauen. Genau. So, sehr schön. Ich sage das in die Richtung, weil das vom Licht ganz schön ist. Bleib ruhig noch mal so. Und schau noch weiter hier an mir vorbei. Du kannst dich auch noch ein bisschen mehr zu mir drehen. Genau so. Sehr schön. Ich komme noch mal ein bisschen näher. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Die gucken alle. Macht nichts. Die freuen sich. Ich stelle dich auch noch mal einfach hier in die Mitte. Okay. Ja. Genau, sehr schön. Ich, ähm... Meine Tasche, oh mein Gott. Alles gut. Du kannst, ähm, du kannst auch eine Hand so in die Hüfte nehmen. Genau. Ich komme jetzt groß raus, okay? Sehr schön. Anhand des Plakats. Und vielleicht noch einmal hier an der Seite. Schau noch mal in die Richtung. So. Schönen look. Sehr schön. Ich gebe noch einmal ganz kurz. Ich habe immer noch so eine Sonnenbrille dabei. Ich gebe sie dir einmal. Stehen wir die Brille? Ja, ist schön. Hat einen coolen Look. Schau einfach noch mal ein bisschen in die Richtung. Sehr schön. Stell dir vor, da kommt gerade dein zukünftiger Mann vorbei. Ja, genau. Sehr schön. Und ich gehe noch einmal ein Stück zurück. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Das ist eher so... Ich habe erst gedacht, ihr gehört zusammen. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie... Keine Ahnung. Genau. Okay. Und noch einmal... Vielleicht einmal noch in die Mitte einfach und dann ist auch Goodie. Genau. Genau. Bleibt euch da so stehen. Und schau auch noch mal einfach in die Richtung. So. Genau. Sehr schön. Du, du, du. Du, du, du. Ja, genau. Sehr schön. Okay. Okay. Das reicht schon. Perfekt. Okay. Bye. J feminine. не. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020